Guten Tag meine Lieben! Herzlich Willkommen zu einem kleinen Ankündigungsvideo. Wir stiegen in ein paar Stunden, also um 20.30 Uhr Richtung Johannesburg. Erst will ich euch nur was sagen. Wir werden in Kapstadt, London. Es geht in folgende Orte. Nach Kapstadt also. Gingsha, Welsha, Kapstadt. Wir vergessen noch. Pizzenbay, Berg Bay, Port Elizabeth, Durban, Victoria Falls, Krüger Nationalpark, Eastwind, Switzerland, Ludwig's Club, und Tropic Nationalpark. Das Ganze ist pro Person ab 1.799 Euro zu bewerten. Also es sind 15 Tage inklusive Flug, Mediklasse Hotels, Lodges und Frühstück. Sagen dabei. Vorteil. Zug zum Flug ICE 2 Klasse Nutzung und die garantierende Durchführung in der Burscheinreise. Ich melde mich später wieder. Vielleicht auf dem Zug. Aus der S-Bahn. Denn es geht in 5 Minuten los. Aus der S-Bahn. In 5 Minuten los. Die Dosen.